Herzlich willkommen zu diesem Slidecast. Dieser Slidecast behandelt die kognitive Dissonanz, ein etabliertes Modell der Sozialpsychologie. Sie lernen in diesem Slidecast den Begriff der kognitiven Dissonanz kennen, den wir Ihnen anhand eines Beispiels erläutern. Und wir stellen Ihnen unterschiedliche Strategien zur Reduktion von kognitiver Dissonanz vor. Darüber hinaus zeigen wir auf, in welchen Gebieten das Konzept der kognitiven Dissonanz angewendet wird. Den Begriff der kognitiven Dissonanz prägte der US-amerikanische Sozialpsychologe Leon Festinger in seinem Buch A Theory of Cognitive Dissonance, welches er 1957 veröffentlichte. Hierin ging er davon aus, dass Individuen nach kognitiver Konsistenz streben, die immer dann gegeben ist, wenn die Einstellung mit dem Verhalten übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall und das Verhalten spiegelt nicht die Einstellung wider, so sprechen wir von kognitiver Dissonanz. Die kognitive Dissonanz beschreibt also einen psychischen Spannungszustand, der aufgrund eines Widerspruchs zwischen den einzelnen Elementen des kognitiven Systems entsteht. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten aversiven motivationalen Zustand, den Menschen versuchen zu reduzieren. In ihrer Studie ließen Festinger und Carl Smith 1959 ihre Probanden eine sehr langweilige Aufgabe erfüllen, und zwar sollten diese Schrauben in ein Brett und anschließend wieder herausdrehen. Im Anschluss wurde den Probanden Geld dafür geboten, dass sie eine draußen wartende Person hinsichtlich der anstehenden Aufgabe belügen sollten. An dieser Stelle verspürten die Probanden eine kognitive Dissonanz, da ihre Einstellung nicht mit ihrem Verhalten übereinstimmte. Festinger und Carl Smith gingen davon aus, dass die Probanden unterschiedlich mit dieser kognitiven Dissonanz umgehen würden und dass diese unter gewissen Umständen sogar zu einer Einstellungsänderung führen kann. Um dies zu beweisen, teilten sie die Probanden ihres Experiments in Gruppen auf, von denen die eine Gruppe als Anreiz zur Lüge lediglich einen Dollar und die andere 20 Dollar bekam, was zum damaligen Zeitpunkt relativ viel Geld war. Im Anschluss wurden die Probanden dann gebeten, die Aufgabe noch einmal rückwirkend zu bewerten. Diejenigen, die nur einen Dollar bekommen hatten, bewerteten die Aufgabe nun deutlich positiver als zuvor, während diejenigen, die 20 Dollar bekommen hatten, die Aufgabe immer noch als langweilig bewerteten. Die Probanden in der Gruppe mit dem geringen finanziellen Anreiz zur Lüge hatten demnach ihre Einstellung gegenüber der Aufgabe, die zunächst von ihnen als eigentlich langweilig angesehen wurde, geändert. Die Probanden, die 20 Dollar bekamen, blieben hingegen bei ihrer Einstellung. Die Wissenschaftler erklärten die Einstellungsänderung damit, dass die Probanden für ihre Lüge gegenüber den wartenden Personen keine ausreichende Rechtfertigung erhalten hatten und ihre kognitive Dissonanz daher offensichtlich bestehen blieb. Um die Dissonanz abzubauen, blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihre Einstellung zu ändern. Die andere Gruppe hingegen sah die Zahlung als ausreichende finanzielle Rechtfertigung. Ihre kognitive Dissonanz war somit ausgeglichen. Anhand des Beispiels zeigen wir nun die einzelnen Strategien zur Dissonanzreduktion auf. Zur Reduktion der wahrgenommenen kognitiven Dissonanz können erstens die Elemente der Dissonantenbeziehung geändert werden. Entsprechend kann entweder das Verhalten oder die Einstellung geändert werden, beziehungsweise kann auch durch eine aktive Lenkung der Wahrnehmung die Wahrnehmung des eigenen Verhaltens oder des Dissonanzusammenhangs beeinflusst werden. Im Beispiel verspürten die Probanden, die nur einen Dollar erhielten, einen aversiven Spannungszustand, der durch die Änderung der ursprünglichen Kognition reduziert wurde. Zweitens können neue Kognitionen hinzugefügt werden. Beispielsweise werden solche Gedanken hinzugewonnen, die die positiven Aspekte in der Dissonanz erzeugenden Beziehung betonen und dadurch ein Gegengewicht darstellen oder dem Verhalten nachträglich einen rationalen Sinn verleihen. Im Beispiel wirkte der finanzielle Anreiz von 20 Dollar als ausreichende Rechtfertigung des Verhaltens. Als weitere Strategie der Dissonanzreduktion können dissonante Elemente und Inkonsistenzen auch trivialisiert werden. Hierbei können dissonante Kognitionen ganz wegfallen oder abgemildert werden. Der Konflikt kann auch heruntergespielt werden oder es wird angenommen, keine andere Wahl gehabt zu haben. Im Beispiel waren die Probanden Teil eines Experiments und die Lüge wurde nun einmal von ihnen verlangt. Das Konzept der kognitiven Dissonanz erläutert heutzutage viele Beobachtungen und empirische Erkenntnisse aus der Erforschung des Konsumentenverhaltens. Beispielsweise empfinden Kunden im Supermarkt oder bei ihrem Restaurantbesuch vielleicht kognitive Dissonanzen, da sie entsprechend dem Trend zum nachhaltigen Konsum ihre Essgewohnheiten verändern und weniger tierische Produkte zu sich nehmen wollen. Anbieter entgegnen diesem Trend mit dem Angebot von Biofleisch, um die kognitive Dissonanz der Kunden zu mildern. Auch findet das Konzept der kognitiven Dissonanz Anwendung auf dem Gebiet der Organisationspsychologie. Zum Beispiel als Indikator für Entscheidungssicherheit bei der Personalselektion. Stellt sich die Auswahl eines passenden Bewerbers im Nachhinein als falsch heraus, so wird dies oft auf eine unzureichende Bewerberlage anstatt auf eine eigene falsche Einschätzung zurückgeführt. Ebenso ist auch die klinische Psychologie ein Anwendungsgebiet des Konzepts. Patienten mit Bluthochdruck, Depressive und auch Zwangspatienten leiden in vielen Fällen unter Dissonanzproblemen. Sie haben nun in diesem Slidecast gelernt, was unter kognitiver Dissonanz zu verstehen ist, wie diese entsteht und mit Hilfe welcher Strategien sie reduziert werden kann. Darüber hinaus wissen Sie, in welchen Kontexten das Konzept Anwendung findet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017